Hier, das ist die Blackroll Mini und zwar das ist die, das ist die, ach dieses genoppte, gerippte, nicht die kleine, wie heißt die denn nochmal? Black, ah genau, Blackroll Mini Flow und wie ihr es ja auch seht, die hat hier so kleine Noppen und Rillen drin. Diese Rillen machen es aber, ich finde es auf der Haut super unangenehm, also mir persönlich macht es gar keinen Spaß. Ja, es ist, es hat so ein Gefühl, als würde dir noch, als willst du dein, kennt das so Lego, ja, als willst du dich über Lego-Kletze halt drüber bewegen, aber wenn du halt noch ein intensiveres Gefühl halt suchst, dann nimmst du halt dünnere Kondome, nein, dann nimmst du halt diese, okay, geht aber gut, meine Fresse, ähm, das lässt sich nicht nach, dann nimmst du halt diese Rolle, die ein bisschen anders ist, ja, bestimmt nicht hier. Genau, das ist nämlich diese normale, ja, genau, wir sind ungefähr gleich hart, aber die, das ist diese normale, das ist die normale Mini Rolle, ja, die normale Mini Rolle, und das ist halt die dicke, dicke, fette, ähm, ne, die etwas, mit dieser Rifflung und drum und dran, so Sägezahlenprinzip. Ich finde es, wie gesagt, macht keinen Spaß, aber vielleicht ist es was für euch, ich weiß es nicht, ja, aber ihr habt mal es mal gesehen, das müsst ihr entscheiden. Geht zurück. Habe ich noch was? Yes! Habe ich noch was? Das ist diese mache. In Riffune! Wir� überall. Wir beschäftigen uns. Wir beschäftigen uns. Wirklich Matterament- Vielen Dank.